What's poppin' people, my name is Aria Lee, my name is Jay Samuels und willkommen zu einer neuen Folge von der eigentlich ganz gute Podcast. Jay dachte ich würde das... Wir haben das Intro schon mehrmals probiert und Aria immer wieder so, ich mach's nochmal, diesmal krieg ich's hin. Aber, ich glaub ich hab's hingekriegt. Ja. Ich frag mich, wie lange wir im Podcast einfach schweigen könnten, bevor Leute sich denken, was geht denn ab? Wahrscheinlich nicht so lange, wenn es im Podcast ist. Aber an alle, die sich gerade vorgenommen hatten, länger dran zu bleiben, vielen Dank. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Auch wenn's euch nichts bringt, uns nichts bringt, aber wir wissen es trotzdem zu schätzen. Guck mal, ich hab, ich hab so'n, weil du's grad gesagt hast, ich hab so'n, meine Idee gehabt für ein YouTube-Video. Nice. Das hört sich jetzt schon nice an. Was wäre, wenn wir, also du, ich und die Community, ja, wir uns drauf einigen, guck mal Leute, wir machen jetzt folgendes, wir laden jetzt ein Video hoch, das geht so 10 Stunden und wir machen so 10.000 Werbungen rein. Und ihr klickt das einfach alle an und lasst es im Hintergrund laufen. Auf Mute. Und dann müssen wir nie wieder Werbungen irgendwo rein machen. Weil das ist so ein ganzes Ding. Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt sagen darf. Erstens wahrscheinlich nicht. Zweitens wird's das dann, glaub ich, so. Warum? Wenn es so einfach tagelang läuft und so 1.000 Leute gucken so. Stromkosten und alles. Ja, aber es gibt ja ein paar wenige, die, gibt's nicht so manche Stromanbieter, wo du so'n Pauschalpreis bezahlst? Hab ich schon grad ausgeregt. Okay, jetzt müssen wir herausfinden, wer unserer Zuschauer hat einen Pauschalpreis bei seinem Stromanbieter. Ich sage nur, wenn wir so 10.000, wenn wir wirklich 10.000 Werbungen rein machen würden und so 1.000 Leute gucken diese ganzen Werbungen, dann müssen wir doch nie wieder Werbung machen. Ja, ja, vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für den Stromanbieter-Placement. Ja. Und mit diesem Stromanbieter könnten sie das machen. Aber sie könnten ja immer, wenn sie am Rechner sind, einfach so'n Tab offen haben, wo das so'n Hintergrund läuft. Das macht mein Dad. Für unsere Videos, damit wir mehr Views kriegen. So, ich glaub so, insgesamt bringt das nix. Nee. Aber das war süß von ihm. Ja, er macht das immer so. Er macht das immer so an und zeigt's mir auch immer mal wieder so. Dass er die Videos nicht guckt? Doch, er guckt die auch alle, aber er lässt dann noch mal so, ja. Ich hör das auch manchmal komisch, weil manchmal hör ich dich auf einmal so, obwohl du nicht da bist. Ja. Oder halt so mich, obwohl ich nicht rede. Mhm. Und dann bin ich so, wait a minute. Ich find's manchmal ein bisschen unangenehm. Das ist dir bisschen, achso, warte, ganz kurz, bevor wir das Thema abschließen. Das war ein Joke, ne? Ich, äh, das machen wir nicht wirklich. Aber, also, es sei denn, ihr wollt. Aber nein, nein, Spaß. Ähm, nein. Äh, 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 äh? Nein. Nein. Ist dir das auch schon passiert? Du bist so, also, in Corona-Zeit wahrscheinlich weniger, aber du bist so draußen, chillst, plötzlich, keine Ahnung, du bist so, weiß ich nicht, bei Edeka in der Schlange oder so, und plötzlich hörst du nur so, ey, aber was geht ab, Leute, da ist Jade, da ist Adi. Und dann so, du guckst so aus dem Augenwinkel, so ein Fan hat so ein Video angemacht und guckt so. Das ist, äh. Das bist doch du, oder? A.K.A. die merkwürdigste Atemweise, jemandem hallo zu sagen. Statt einfach anzusprechen. So, die machen es dann auch extra laut, damit du es hörst, damit du dann so reagierst. Ich hatte das schon mal und hab so extra die ganze Zeit nichts gesagt und hab so beobachtet, wie, woher läuft das jetzt hinaus, Bro? Also, ich hab am Ende dann mit denen geredet und sowas, aber neulich bin ich auf jemanden getroffen, der war irgendwie aus München nach Berlin und der hat mich dann, äh, angehauen und waren, also, waren Zuschauer von uns und meinte so, yo, ich feiere alles und so weiter und, äh, war auch voll, also, war auch gechillt drauf. Allerdings hat er dann von irgendwelchen Sachen erzählt, an die ich mich einfach nicht erinnere, dass wir sie jemals gemacht hätten. Aber, dann dachte ich so kurz so, ah, vielleicht kennt er uns nicht und verwechselt uns mit irgendwem und denkt, äh, oder so. Aber nein, so, der wusste spezifische Sachen so über uns und so, also, er wusste auf jeden Fall genug Details, dass ich so, nee, nee, der kennt uns wirklich, das geht gerade so um uns. Was hat er denn gesagt? Oh, ich glaub, alles, was ich jetzt sagen würde, wär ne Lüge, aber es waren so, ey, das Video mit den Käppis und den Superhelden, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, von denen ich so richtig war so, ich hab versucht nachzudenken und nachzudenken, welches Video? Welches Video, Bro? Mit den Käppis und den Superhelden, oder was hast du gesagt? Also, das kann, das ist das, was ich in Erinnerung hab, aber das kann auch voll falsch gerade sein. Also, wir haben Videos mit Superhelden, definitiv. Ja. Und in nem Video trägst du, glaub ich, ne Käppi, in einem. Welchen? In dem Hacking vs. Realität. Reicht deine Käppi? Ja. Okay. Aber das ist ja genau das Video, wo kein Superhelden irgendwas. Stimmt. Da ist. Das hast du recht. Das gibt's da und du hast schon mal nen Oberteil an, irgendwann. Ja, aber das gibt's auch manchmal, also wir hatten ja, als Danergy da war auch schon mal das Thema generell, dass manchmal Leute auch schon mal gedacht haben, ich wär Danergy oder Danergy wär ich, oder, oder, oder. Es gab schon alles mögliche, ja. Aber ich... Die Leute haben auch tausendmal schon Kingstie für Joker gehalten oder Joker für Kingstie, das ist ne andere Geschichte. Das ist ne ganz andere Geschichte. Aber es gab auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal auch so, ey, du bist doch der. Ja? Ey, wann geht's damit weiter? Womit? Nie gemacht? Keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall. Boah, ihr seid doch Jair und Aria, ne? Ja, ja, genau. Boah, eure Videos über Filme sind voll cool. Ja, dankeschön. Boah, ich fand am besten dieses Video, was ihr mit The Rock gedreht habt. Ja, ja, zum Beispiel so. Und dann so, haben wir kein Video mit The Rock gedreht. Danke, dass das einzige Video von uns, was nicht existiert, gefällt dir am meisten? Das ist das beste Video. Das ist eigentlich der größte Sneak des aller Zeiten. Ey, das beste Video ist das, was ihr nicht gemacht habt. Vielleicht wollte er so, ist das so ein Typ aus der Zukunft gewesen. Und, ah, er hat gesehen, was alles passiert wäre, hätten wir es gemacht. Und weil wir es nicht produziert haben, ist es das beste Video, das wir je nicht produziert haben. Achso, dann ist er so aus so einem Paralleluniversum. Ja, genau, wo das schon passiert ist. Ja, 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 ja. Worüber haben wir gerade nochmal geredet? Ey, du wolltest mir erzählen, was deine Bankdaten sind? Hm. Mein PIN-Code ist 88... Irgendwann wird das klappen. Irgendwann. Ja, wenn ich Demenz habe, aber das ist richtig scheiße von dir. Nein, nein. Okay. Darüber habe ich... Das ist das von... Vor drei Folgen? Ja. Was du vergessen hast? Ja. Ja? Ja. Okay, Leute, warte, warte, warte. Ähm, okay. Wenn ihr jetzt die letzten zwei, drei Folgen nicht gesehen habt, dann solltet ihr jetzt, ich glaube, zwei oder drei Folgen zurückgehen. Mhm. Und da reden wir darüber, was passiert, wenn einem, wenn man etwas vergisst, was man gerade sagen wollte und dann, und der ganze Struggle, der damit einhergeht und der Prozess. Ich werde jetzt nicht ausholen, bevor er es nochmal vergisst. Bitte, bitte, lass mich schnell so sagen. Geht auf jeden Fall dahin, weil da hat Jay was erzählen wollen und es dann vergessen. Jetzt ist es ihm eingefallen, drei Folgen später. Okay. Erzähl, Bro. Äh, ich hoffe, ich habe es nicht gerade wieder verloren, das wäre richtig scheiße. Nein. Ähm, wegen Demenz, genau. Äh, ich, ich finde das voll krass, das wollte ich nämlich sagen, weil es darum ging, um, dass du Sachen vergisst. Ist, dass im Endeffekt du und deine Persönlichkeit besteht ja eigentlich aus deinen Erinnerungen, quasi. Ja. Also quasi, deswegen ist es zum Beispiel auch sowas wie Demenz eigentlich voll erschreckend. Ich finde das fast noch gruseliger als zu sterben, weil du einfach, indem sich deine Erinnerungen auflösen, existierst du irgendwie langsam nicht mehr. Mhm. Was ich meine? Zumindest du, der, der, der du immer warst. Ja, also weil, weil sämtliche Lebenseinstellungen, die du hast, sämtliche, sämtliches Wissen, also eigentlich alles, was dich ausmacht, basiert ja auf Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann ist es ja so, als ob du einfach, als ob es dich nicht mehr gibt. Ja. Und deswegen ist es halt auch voll krass manchmal, weil da ging es nämlich in der Folge um so, um so Sachen, die ganz früher passiert sind. Und so, wenn du diese Sachen nicht mehr weißt und manchmal einfach auch, du vergisst, manchmal vergisst du auch einfach Sachen, die so eine Woche her sind oder sowas. Und dann ist es so voll strange, weil diese Erfahrung, die mich eigentlich ausmachen würde, die gibt es dann plötzlich nicht mehr. Und so, wer bin ich dann? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Also, ich weiß bei gewissen Sachen halt im Gehirn halt auch überhaupt nicht, wie die funktionieren. Also so zum Beispiel, man könnte ja davon ausgehen, dass alles, was du magst, aufgrund von irgendeinem Ereignis in deiner Vergangenheit, hat dich dazu getrimmt, etwas zu mögen, sag ich mal. Oder beeinflusst, etwas zu mögen. Und wenn du dich jetzt daran nicht mehr erinnerst, heißt das, du magst jetzt auch diese eine gewisse Sache nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. So zum Beispiel, du wurdest als Kind immer mit Schokolade belohnt, wenn's was auch immer. Und deswegen hast du eine übertriebene Liebe für Schokolade. Ja. Wenn du jetzt diese Erinnerung vergisst, wo du positiv belohnt wurdest, würdest du dann immer noch Schokolade mögen? Ich glaube... Oder wäre auf einmal der Link aufgebrochen? Äh, ich glaube, wenn du dich noch daran erinnerst, dass du Schokolade magst, dann ja. Also dann würdest du es noch mögen. Also weil, weil du erinnerst dich zumindest daran noch. Ja okay, aber sagen wir mal, du vergisst auch, also du vergisst einmal, dass du Schokolade magst. Also alles, was dir erzählt, dass du Schokolade magst, Erinnerung zumindest. Weil eigentlich ist es ja so ein Geschmack, so ah, ich mag den Geschmack von Schokolade. Ja. So. Aber wie sehr hängt das mit irgendeiner Assoziation und so Ereignis in der Vergangenheit mit einer Erinnerung zusammen? Vielleicht ist Schokolade nicht das beste Beispiel, weil du, sobald du Schokolade isst, also wenn dein Mögen von Schokolade einfach nur darauf basiert, dass es dir lecker schmeckt, dann wirst du, glaube ich, weiterhin Schokolade mögen. Irgendwo hingegen, wenn es wirklich nur darauf basieren würde, dass du in der Vergangenheit irgendwas erlebt hast, dann vielleicht nicht. Deswegen, dadurch, dass du diese Erinnerung, nee, dieses Erlebnis relativ schnell wieder erleben kannst. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil zum Beispiel gibt es diverse Lebensmittel, die ich früher nicht mochte, aber aus dem Gedanken, dass sie gesund sind und weil ich es dann irgendwann mit solchen Sachen verknüpft habe, hat es angefangen, mir zu schmecken. Das heißt, der Geschmack an sich war eigentlich gar nicht meins. Aber der Gedanke so, mhm, das ist gesund, ah, das könnte das und das bewirken, das hat die und die Nährstoffe, hat mich tatsächlich dazu gebracht, es zu mögen, es zu essen. Okay, aber dann hast du ja quasi neue Erinnerungen damit verknüpft. Wir reden ja jetzt gerade davon, von was anderem, oder? Schokolade. Ja, nein, das meinte ich, also ja, das auch, aber ich, ich meinte im Sinne von, ich meinte im Sinne von, also du hast gerade gefragt, wenn du eine Erinnerung vergisst, also weil, du hast ja jetzt quasi gerade gesagt, du hast eine neue Erinnerung oder, ja, neuen Link geformt und wir reden aber gerade davon, wenn du deinen alten Link vergisst. Ja, aber mein neuer Link ist ja ein alter Link mittlerweile, schon langst. Schon langst. Schon längst. Okay, dann vielleicht, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Lass vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, ich hab das Gefühl, dass dieses Essensbeispiel vielleicht nicht das Beste ist. Aber so Musik? Würdest du zum Beispiel, jemand mag Hip-Hop voll, weil sein Vater immer so Hip-Hop gespielt hat, immer wenn die Zeit verbracht haben und so, das hat er so voll verlinkt. Ja. Und deswegen mag er Hip-Hop. Jetzt hat er irgendwann aber vergessen, dass das gab. Meinen wir im Sinne von richtig so, es wurde gelöscht oder so, es gibt's die Erinnerung nicht mehr oder wirklich so, man hat's vergessen. Ich weiß ja nicht, wie Demenz genau funktioniert, ich denke mal, dass es Erinnerungen auslöscht, aber kann ja auch sein, dass sie einfach nur unzugänglich werden. Na, dann lass vielleicht sogar wirklich von einem eher, einem fiktiven, selbst ausgedachten Mechanismus kurz, so quasi, es wird wirklich gelöscht. Okay, sagen wir gelöscht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht sogar nicht mag. Weil, wenn du dann zum Beispiel neue Verknüpfungen hast mit Leuten, die du voll cool findest, die zum Beispiel alle Rock oder House oder irgendeine andere Musikrichtung hören und du bist voll da drin, bist vielleicht auch gut in dieser Musikrichtung und alle sagen, ah, Hip-Hop ist kacke und so weiter und dann hörst du Hip-Hop, dann hast du, und du hast diesen Link nicht zu früher, dann könnte ich mir vorstellen, dass du das vielleicht dann nicht mehr magst. Vielleicht wäre es interessant, mal Leute zu fragen, die das tatsächlich wissen. Aber es ist halt die Frage, ob dir jemand das, also weißt du, jemand, der betroffen ist, kann er das erzählen. Gut, die anderen können es beobachten und die können es dann erzählen. Es wäre tatsächlich mal interessant, das herauszufinden. Ist eventuell ein radikaler Themen-Switch, aber talking about Hip-Hop, kennst du Pete and Bass? Pete and Bass. Pete and Bass. Ist das Bass oder Bass? Bass. Okay. Äh, nee, kenn ich nicht. Okay. Muss ich dir zeigen, die sind so dope und zwar sind das einfach so zwei Grandpas, also die sind so recht alt und die sind aus UK, wenn mich nicht alles täuscht und Bro, die rappen fresh as fuck, die haben heftigen Flow, die haben so, weiß ich nicht, ob es denen alles vorgeschrieben wird oder nicht, also cool wie die sind, kann ich es mir auch vorstellen, dass die vielleicht sogar selber schreiben, aber ich kann es mir natürlich auch absolut vorstellen, dass denen halt alles geschrieben wird, weil deren Level ist schon wirklich krass, was die machen und aber selbst wenn es denen vorgeschrieben wird, ich feiere diese zwei Leute so hart, ich bin neulich irgendwie auf die gestoßen, irgendwo in Social Media bin ich auf irgendwas gestoßen, aber da war kein so, ich glaube das war sowas wie ein Reel oder TikTok, keine Ahnung, sowas und ich habe da keinen Credit gefunden, nicht wer das ist und es hat mich richtig wahnsinnig gemacht, ich habe mich dann voll auf die Suche begeben, weil ich war so, nein, niemals waren das die, die das gerappt haben, weil die haben auch noch voll die freshe Stimme, richtig nice Performance und so und ich habe dann voll lange gesucht und habe die dann gefunden und ich folge denen jetzt auch auf Instagram und auch auf YouTube und die haben jetzt auch heute, glaube ich, einen Song rausgebracht. Ja krass. Ja man, zeige ich dir auf jeden Fall, wenn die Folge vorbei ist, die sind richtig dope, deswegen checkt die auch sehr gerne mal ab, wenn ihr Bock auf paar krasse Grandpas habt, die heftige Bars haben. Äh, ja man, die sind echt cool, die sind echt super cool. Okay, check ich mal ab. Würdest du sagen, die sind krass für Grandpa-Verhältnisse? Und das ist halt das heftige, die würden die meisten jungen Rapper irgendwie wegsetzen. Okay, krass. Das ist das Krasse. Also die haben einen geileren Flow als so viele junge, jetzt aktive Künstler. Ich bin richtig hin und weg von denen. Crazy. Ja man, wenn die ein Konzert machen, ich bin vor der Reihe, Bro. Wow. Ich werde mit denen richtig abgehen. Wahrscheinlich bin ich nur so von so Omas umgeben dann, aber ich werde trotzdem mies hart abraven. Wow, glaubst du, was glaubst du, wie deren Fanbase aussieht? Das ist voll interessant, ne? Also, weil, ich meine, du bist ja jetzt scheinbar ein Fan von denen. Ja. Und ich meine, du bist keine Oma. Mhm, guter Einwand. Und danke, sehr nettes Kompliment. Du bist keine Oma. Also ich, ja, okay. Hey, Omas sind auch cool. Warte, Omas sind sowieso die coolsten, das steht doch gerade gar nicht. Aber du meintest, danke fürs Kompliment. Ja, für mich wäre es nicht so cool, eine Oma zu sein. Ja, true. Ich bin erstmal ein Typ und zweitens bin ich, ich hab halt nicht, ich bin nicht mal, ich wäre nicht mal noch nicht mal Mutter. So weißt du, was ich meine? Ja. Wieso soll ich dann Oma werden? Das stimmt. Aber wieso soll ich überhaupt Mutter werden? Genau. Ich kann Vater werden. Äh, jedenfalls. Ich kann mir vorstellen, dass die Majority Leute, wie vielleicht ich sind, also jetzt nicht spezifisch wie ich, aber so halt so eher jüngere Leute, aber auch da keine Ahnung, in welche Bereiche das geht. Weil ich glaube, die werden auch so mehr Leute ansprechen als Hip-Hop-Fan. Ja. Weil sie sind eine, sie sind nicht nur Hip-Hop, sie sind auch eine Sensation. Mhm. Aber als ob nicht so eine Gertrud, die so, mh, ich hab zwei Karten, wollen wir nicht da hingehen, so? Und so, ja, okay, vielleicht kann ich ja noch so mit Backstage gehen und so. Ja, es ist, vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihre Art von Musik ist. Ja, aber wenn sie so zwei schnieke Dufteherren sieht, die, weißt du, was ich meine, so krass abgehen, wäre ich auch hin und weg als Oma, so, weißt du? Ja, Mann. Vielleicht kannst du dich doch in die Omas reinfühlen. Okay, nice. Ja, Mann, falls wir hier Omas haben, die zuschauen, Oma-Power. Bestimmt, oder? Ich meine, das wäre voll cool. Ja. Gibt es Plätzchen? Oma-Plätzchen sind die krassesten Plätzchen, oder? Das steht ja auch nicht zur Debatte, aber, ja, natürlich. Aber warum ist das so eine Superkraft, die man besitzt, sobald so dein Kind noch ein Kind auf die Welt bringt, kannst du auf einmal die heftigsten Plätzchen backen, oder was? Ich weiß nicht, ob es zwingend mit dem Kind deines Kindes zu tun hat, oder ob es einfach mit der Erfahrung zu tun hat. So, du bist einfach, du hast das Plätzchen backen perfektioniert. Verstehe. So ein frischer 20-Jähriger, der hat keine Ahnung, wie man Plätzchen backt. Gotcha, gotcha, gotcha. Und ich glaube auch, vor allem heutzutage, also ich weiß nicht, ob das in, wenn wir irgendwann im Oma-Alter sind, beziehungsweise Opa, wir müssen aufhören. Aber wenn wir irgendwann in dem Alter sind, weiß ich nicht, ob das noch zutrifft, aber ich kann mir vorstellen, dass das Plätzchen backen vielleicht auch so ein, so ein... Antike Handwerkskunst wird? Genau. Wie alt sind denn Omas, Mann? Antike? Nein, nein, weil so langsam wird doch alles digitalisierter. Ah. Und so bald irgendwann ist so, was, Plätzchen mit der Hand backen, Mann? Laserplätzchen. Woher kommt ihr so, aus dem letzten Jahrtausend? Ja. Und dann so, jaja, wir sind aus dem letzten Jahrtausend. Oh. Gut, ich, äh, ich druck mir mal meine Plätzchen mit dem 3D-Drucker. Ja. Aber ich glaube, ja, damit werden sie nicht ankommen. Wenn die dann einmal das wahre Geschmäck haben. Ich glaube, das war eine äußerst merkwürdige Folge. Ich weiß es nicht. Ich denke auch. Ja. Tja, das ist, äh, das, äh, dafür habt ihr halt abonniert. Ist nicht unsere Schuld. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr keine weiteren Podcasts mehr verpassen wollt. Denn Joe und ich produzieren Podcasts und wir laden sie hoch. Ja. Das sollten die meisten jetzt hier wissen. Diesen Podcast gibt es natürlich auch auf Streaming-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Einen Link mit mehreren Anbietern oder mit allen Anbietern, die es gibt, äh, findet ihr unten in unserer Infobox. Äh, ja, und ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason, peason, and goodnight San Francisco. Schaut bei Pete and Bass vorbei und hinterlass ein bisschen Liebe. Yeah.